Matthias Weingärtner mein Name. Was ich mache, ist, ich beschäftige mich mit dem Schlaf seit über 21 Jahren. Habe ein Studium gemacht, Biologie, dann Biomedizinische Analytik. Habe die Schule des Schlafens gegründet vor circa sechs Jahren und beschäftige mich mit schlafgestörten Menschen, die immer mehr wehren eigentlich. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich recht viele Nachtschichten auch oder Nachtdienste habe, recht viel Sport mache, brauche ich halt die Regeneration und eigentlich die Erholung. Und das wird heutzutage immer weniger. Sei es jetzt, wenn man viel am Computer sitzt oder am Handy ist. Oder man hat halt viel Anspannung und die Entspannung wird halt immer weniger. Oder ja, der Mensch kann halt bewusst quasi seinen Schlaf verkürzen. Und deswegen ist, glaube ich, der Schlaf ein Riesenhebel, um uns wieder in die richtige Bahn zu bringen. Für meine Klienten und Patienten im Schlaflabor, das sind die Schlafapnoiker. Also alle, die mit den Atem aussetzen und das Schnarchen. Durchschlafstörungen, Einschlafstörungen, dann Vergesslichkeit, Konzentrationsschwierigkeit wird immer viel, viel mehr. Ja, und die Patienten oder die Klienten werden immer jünger. Also das beginnt jetzt mittlerweile schon Volksschul, Mittelschulalter, Gymnasium und dann halt rauf. Und auch die Älteren, die halt meinen, sie können gar nicht mehr so viel schlafen, auch die kann man auf die richtige Bahn wieder bringen und lenken und ihnen zeigen, dass sie auch wieder mit mehr Schlaf zurechtkommen können. Mit auf den Weg gehen, ganz einfach einmal dem Schlaf eine, sagen wir mal so, unter Anführungszeichen, eine größere Bedeutung wieder zuzugeben oder zuzuschreiben und nicht am Schlaf sparen. Wir sparen generell heutzutage eher an allem, aber beim Schlaf genau das wäre der Punkt, wo wir halt wirklich probieren sollten, nicht zu sparen und dem Schlaf halt wirklich diese volle Bedeutung wieder zu geben. Also, mein Name ist Matthias Weingärtner. Man findet mich am einfachsten über meine Homepage www.schlaf-schule.at. Ich bin auch auf der Samina-Homepage verlinkt quasi, bin ein Samina-Partner. Und ansonsten, ja, ich freue mich auf jeglichen Kontakt und natürlich auf eine gemeinsame Zusammenarbeit. Und ich würde natürlich gerne viele begleiten und auch wieder helfen zu einem guten, erholsamen Schlaf.